Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Serie auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und in dieser Tutorial-Serie möchte ich dir zeigen, wie du die wichtigsten Funktionen von Google Docs in 10 Videos erlernen kannst. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos zu Google Sheets, Google Slides und natürlich auch Google Docs. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Heute im ersten Video meiner Tutorial-Serie darüber, wie du die wichtigsten Funktionen in Google Docs erlernen kannst, zeige ich dir erstmal, wie du überhaupt ein Dokument in Google Docs erstellen kannst und wie du auch Vorlagen nutzen kannst. Wenn du das allererste Mal Google Docs benutzt, brauchst du natürlich ein Google-Konto. Ohne das geht es leider nicht, denn mit deinem Google-Konto hast du auch automatisch eine Drive, also einen Cloud-Speicher, wo dann die Dokumente auch immer automatisch gespeichert werden. Das heißt, die Dokumente sind nicht irgendwie lokal auf deinem PC als Datei gespeichert, sondern diese sind eben in deiner Google Drive, sprich in deinem Google-Konto, online gespeichert und können somit auch de facto nicht verloren gehen. Und es geht dir auch niemals einen Fortschritt verloren, weil Google Docs automatisch immer alle deine Änderungen speichert. Und wenn du das allererste Mal dann eben die Webseite docs.google.com aufrufst, musst du dich wahrscheinlich noch mit deinem Google-Konto anmelden. Aber wenn du das gemacht hast, kommst du auf diese Startseite von Google Docs und hier hast du als allererstes oben die Möglichkeit, ein neues Dokument zu erstellen oder aber auch hier eine Vorlage aus der Vorlagengalerie auszuwählen. Und weiter unten findest du dann deine Dokumente. Ich habe hier schon ein paar, zum Beispiel mein Dokument, wo ich immer die neuesten Updates zeige oder auch hier, wo ich mal mit Bildern rumgespielt habe, etc. Das wird dir dann hier alles angezeigt. Deine Dokumente immer sortiert, wann du die zuletzt bearbeitet hast. Wenn du jetzt ein neues Dokument erstellen möchtest, kannst du als allererstes hier oben auf dieses große Plus klicken. Dort wird dann ein leeres Dokument erstellt. Aber du kannst dir hier auch rechts eine Vorlage aussuchen. Du hast auch hier oben die Möglichkeit, auf dem Button Vorlagengalerie diese Vorlagengalerie zu erweitern und du findest dann hier mehrere Vorlagen, zum Beispiel zu Lebensläufen, zu Buchstaben, irgendwelche privaten Geschichten, dienstliche Geschichten, zu einer Broschüre. Also hier gibt es wirklich vielfältige Sachen. Sind zwar nicht viele, aber hier kann man dann doch schon manchmal guten Einstieg finden, wenn man irgendein Dokument erstellen möchte, wie zum Beispiel ein Lebenslauf. Ich habe auch schon mal ein Tutorial darüber gemacht, wie du dir selbst einen Lebenslauf in Google Docs erstellst. Das ist jetzt auch in der Infocard verlinkt. Aber hier könnte man zum Beispiel auch einen Brief erstellen lassen oder hat dann direkt die Vorlage, wo man dann nur noch seine Daten eintragen lassen muss. Wenn du dann so eine Vorlage verwenden möchtest, kannst du einfach hier in meinem Fall jetzt auf den Brief klicken, auf das Dokument draufklicken und dir wird dieses Dokument erstellt. Es lädt dann kurz und hier findest du dann eben deine ganzen Vorlagen beziehungsweise hier steht dann schon der Text, den du einfügen kannst und hier steht dann auch schon mit freundlichen Grüßen und hier steht dann nochmal der Punkt, wo man den Absender reinschreiben kann, das Datum und dann eben hier auch die Zieladresse sozusagen, wo dann der Brief eben hingehen soll. Am Ende kann man das natürlich dann auch noch ausdrucken, dazu aber in späteren Videos mehr. Und so nutzt du dann eine Vorlage und bist auch direkt in deinem Dokument drin und kannst das dann bearbeiten. Hier findest du dann oben die Menüs zum Bearbeiten und das Schnellmenü. Die Menüs und das Schnellmenü, um dann auch zum Beispiel Text zu formatieren, zeige ich dir erst in den nächsten Videos. Heute geht es eben nur um das reine Dokument erstellen an sich beziehungsweise das Nutzen einer Vorlage. Und wenn ich jetzt aus diesem Dokument zum Beispiel wieder heraus möchte in mein Startmenü, kann ich einfach oben links auf das Google Docs Symbol klicken und dort gelange ich dann eben zum Google Docs Startmenü und hier wird mir jetzt auch mein Brief angezeigt als neues Dokument. Wenn ich ein leeres Dokument erstellen möchte, klicke ich natürlich hier auf das Plus drauf, leeres Dokument. Das wird dann erstellt. Ich kann aber auch hier oben rechts über die drei Punkte die Vorlagen ausblenden. Dann werden die mir gar nicht mehr angezeigt. Wenn das so bei dir aussehen sollte und du oben nicht dieses Vorlagenmenü hast, dann hast du unten rechts einen Button, wo ein Plus ist, wo du dann ein neues Dokument erstellen kannst. Da steht dann einmal die Option neues Dokument erstellen. Wenn du da drauf klickst, kommst du quasi in ein leeres Dokument. Wenn du darüber auf den Punkt Vorlage auswählen klickst, kommst du wieder in die Vorlagengalerie. Oben links ist der Pfeil zurück. Da kannst du draufklicken, dann kommst du wieder zurück. Und unten rechts ist dann eben dieses Plus. Und wenn du dann da drauf klickst, wird dir ein leeres Dokument erstellt. Und du kannst dann anfangen, dieses zu bearbeiten. Wenn du dem Ganzen einen Namen geben möchtest, kannst du das oben links machen. Dort steht dann unbenanntes Dokument. Da kannst du dann einfach eintippen, zum Beispiel mein Dokument. Und dann speichert das Google Docs und es heißt dein Dokument. Und es ist immer noch ein leeres Dokument. Wie gesagt, im nächsten Video zeige ich dir dann eben, wie du Text einfügen und formatieren kannst. Wenn du jetzt wieder zurückgehen möchtest auf das Startmenü, kannst du oben links auf das Google Docs-Symbol klicken. Und hier wird mir dann auch zum Beispiel mein Dokument angezeigt. Und das ist eben leer. Und das war es dann auch schon zum ersten Video, wie du alle wichtigsten Funktionen in Google Docs erlernen kannst und wie du ein Dokument erstellen bzw. auch eine Vorlage nutzen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Ciao.